Was geht ab, liebe Leute? Und damit herzlich willkommen zurück zu Last of Us. Wir machen weiter und machen uns jetzt aus dem Schraub mit der Karre. Jetzt gib Gas! Gib Gas! Ist auch schon ein bisschen ungewöhnlich, oder? Normalerweise fahren die Amis ja meistens nur mit Automatik oder muss ja eigentlich gar nichts. Los geht´s, los geht´s! Hä, das geht doch schon bergab. Bin ich doof? Habe ich einen Knick in den Augen? Habe ich einen Knick in den Augen? Hallo, ich dachte, er hat die schon abgestochen. Wir müssen uns beeilen. Schieb weiter. Lass uns den Tag versauten. Das weißt du, Töne? Stopp doch jetzt, Mensch! Lass uns mal weiter. Lass uns mal weiter. Sie muss auf den Hügel. Auf den Hügel. Auf den Hügel. Er sagt auf den Hügel, Alter. Ich versteh das nicht. Egal, ist doch scheiße egal. Irgendwie hört sich das an. Ja, und die Infizierten hören das auf. Wir müssen... Los, raus! Gib Gas! Mies, am Driften! Ok, das reicht! Stopp! das einfach laufen okay die kleine hat uns fast umgebracht du musst zugeben sie hat sich nicht schlecht geschlagen ihr habt keine chance was ist das kaum zu glauben wie viele autos noch Benzin im Tank haben und der Bilder wegen deinem Kumpel vorhin das ist echt hart und dich ja dann verschwindet endlich aus meiner Stadt oh Mann hey du solltest doch schlafen okay ich weiß es sieht nicht so aus aber das hier ist gar nicht so schlecht es gibt nur ein Problem und zwar hier Fortsetzung folgt hast du sowas wo hast du das denn hier das ist von Bill das Zeug lag da einfach so rum was hast du noch tja hier na weg das Erinnerung weißt du also das war eine Weile vor meiner Zeit aber die ist gut oh Mann na besser als nichts oh das hier ich verarsch dich nur und tschüss Mann weißt du was das hier ist gar nicht so schlecht warum schläfst du nicht ein bisschen okay bin ich mal müde ich alles oh ey es ich ey ja dass ich Vorsicht! Bitte! Hilfe! Sollen wir ihm helfen? Schnall dich an, Ally! Und was ist mit ihm? Oh, dem fällt gar nichts. Schau! Mir geht's gut. Mir geht's gut. Komm raus! Schnell! Komm her, du Mist! Lass mich los, du blöder Sack! Schau! 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 Nej ich mit mir! Schau! Schau! Ja, ich weiß nicht, du! Geh weg von mir! Was ist bloß los mit denen? Achtung! Bleib unten! Bleib da! So. Ups! Aua! Das tat weh! Ich dachte, er wird tot, Alter! Was ist los mit denen? Pass auf! Öh! 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 Oh-oh! Müsste da nicht noch einer sein? Wo ist er? Wo ist er? Moment! Oh! Komm schon! Komm schon! Komm schon! Komm schon! Bleib cool, Mann! Immer mit der Ruhe, okay? Herrgott nochmal! Alter Verwälter! Alter Verwälter! Ich glaub das war der letzte! Alles okay? Ja, ich glaub schon! Gut! Sehen wir zu, dass wir wegkommen! Du weißt wie es läuft! Zeh dich um und such nach was Nützlichem! Ah! Zubefehl! Alter Schwierle! Ich hatte quasi keine Lebensenergie mehr! Ich hatte quasi keine Lebensenergie mehr! So! Haben die allen nichts fallen lassen oder wie? So! Hier liegt noch ein bisschen! Das muss einen besseren Ausweg geben! Es muss einen besseren Ausweg geben! Siehst du was? Okay! So! Noch nicht, ne? Wir gehen ganz sicher nicht hier zurück! Oh! Teile! Sehr schön! Noch mehr Teile! Sehr schön! Sehr schön! Sehr schön! Wie bräuch ich noch so Medikamenten, ey! Fünf Stück! Das wäre ganz geil! Oder? Gehe ich doch auf Lebensenergie? Ich weiß das nicht! Ich weiß das nicht! Ich weiß das nicht! Ich weiß das nicht! Ähm... Hier drin ist echt ziemlich krasses Zeug! Erli! Gut! Okay, let's get on. Let's get on. Duh. Verdammter Hunter. Es hätte uns treffen können. Mann. Es sind so viele, die es nicht geschafft haben. Ich wusste, ich hätte den Truck drehen sollen. Wir leben. Gerade so. Los, verschwinden wir hier. Ähm. Okay. Ich starte die Schütte, irgendwas. Über die Zelle. Ein Ruchbomb. Äh, damit. So. Woher wüsstest du's? Was denn? Was ist mit dem Überhaupt? Ich kenne beide Seiten. Oh. Und äh, bringst du viele Unschuldige um? Nein. Das heißt dann wohl, ja. Versteh es, wie du willst. Hier schlafen diese Typen wohl. Oder schliefen. Medikid verbessert. 33% stärker. Das ist echt gut. Das ist echt gut. Das ist echt gut. Also, das ist schon echt gut. Echt gut. Also, echt gut. Nein, 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 nein Was haben wir denn? Ja, so viele Teile habe ich echt nicht. Müssen wir auch mal so sagen. Ähm. Auf jeden Fall das. Das. Ja, das ist gut. Ja, das finde ich auch. So, bogen und. Obwohl. Vielleicht hätte ich auch mehr auf Pistole gehen sollen. Naja, wir machen das schon. Schnelles Spiel würde ich auch mit der Grundausrüstung irgendwie schaffen. Aber das auch nur, weil ich ein absoluter Vollprofi. Nein, Spaß natürlich nicht. Okay, da ist die Brücke. Da kommen wir raus. Hey, Ellie. Langsam. Wart auf mich. Was? Ich bin hier. Wie wäre es, wenn ich vorgehe? Und da nicht so laut. Okay. Ja, ist die Frage. Gehen wir jetzt auf Schwankung der Waffe oder nicht? Oh, ich pfeife. Oh, gut. Noch was, womit du mich wahnsinnig machst. Oh, das ist Wahnsinn. Wie lange können sie uns sichern? Oder in Sicherheit halten. Bewahren. Klong. Ich glaube, hier drinnen lag noch was. Genau, ein Comic. Nicht so, glaube ich. Das würde Ellie gefallen. Das würde Ellie gefallen. Kommt bitte. Hallo. Hallo. Was war hier los? Waren das Jäger? Waren das auch Hunter? Süß. Und nein, ich tippe auf das Militär. Warum wurden so viele getötet? Nicht genug Platz für alle. Also tötet man sie? Und Tote werden nicht infiziert. Man opfert einige und rettet viele. Das ist doch scheiße. Ja. Was war das? Ich weiß nicht. Ellie, Deckung. Wo hast du denn schießen? Ellie, runter. Mann, lass mich. Du hast einen ganzen Schwarm. Hat nichts getroffen. Ich treffe dich gleich. Oh, du bist ja echt dauer. Wenn du Nachhilfe brauchst, helf ich dir gar nicht damit. Lass mich in Ruhe. Wo bist du denn? Die sollten hier sein. Die sind beim Highway unterwegs. Würde mich nicht wundern, wenn sie Eindringlingen begegnet sind. Das ist eine Goldmine. Goldspelze. Vielleicht können wir etwas plündern hier in der Wart. Hier gibt's nichts. Gehen wir weiter. Okay. Oh, Mann. Hey, wo bist du? Hör schon auf mit dem Scheiß. Da drüben. Ja. Was machst du jetzt, Kollege? Was machst du jetzt? Sehr schön. Oh, Mann. Was denn jetzt? Juck dir gar nicht, dass ich hier der übertriebenste Held bin. Wie ich hier ausgescheidet hab, Mann. Bisschen mehr Respekt hier. Diesmal war's mal nicht komplett scheiße. Oh, der Abschnitt. Oh, der Abschnitt. Ja, ja, ja. Oh. Hast du sie... Hast du sie sich durchtelebotiert? Zur Brücke ist es noch weit. Wir schaffen das. Wow, wie seltsam. Ein Kontrollpunkt ohne Soldaten. So sehen die meisten Zonen aus. Der Ort wurde schon vor langer Zeit verlassen. Hügel verloren. Gebt uns Lebensmittel. Warum wurde kein Essen verteilt? Manchmal gab's nichts mehr. Meistens behielten sie es selbst. In Boston war das nie so. Glaub mir, es passierte dauernd. Na gut. Korrupten Bastard. Gut, Leute. An dieser Stelle ist dann erstmal Schluss. Wir machen beim nächsten Mal weiter. Einmal lag hier auch noch was. Ja, wir machen beim nächsten Mal weiter. Seid gerne dabei. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da. Und ja, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss. Tschüss.